Ach, ist das schön, wenn die Kerle rechts von mir sich aufregen, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, der Tag beginnt gut, meine Damen und Herren. Ich möchte erst einmal, ich möchte erst einmal, ich dachte, die christdemokratischen Paschas sitzen hier, aber sie sind ja noch viel schlimmer. Meine Damen und Herren, ich möchte erst einmal Frau Lambrecht ganz herzlich danken für das, was sie für dieses Land geleistet hat. Auch das gehört in diesen Momenten dazu. Das ist nicht einfach, ein Amt dieser Art aufzugeben. Und deswegen möchte ich ihr ganz herzlich im Namen meiner Fraktion danken. Und, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich gratulieren wir Herrn Pistorius. Wir wünschen ihm Glück und wir wünschen ihm Fortun, was man an diesem Job wirklich braucht. Und, Herr Wadephul, dass Sie ihn als drittklassig bezeichnet haben, finde ich schon sehr kühn angemessen der Tatsache, dass auch Frau Kamp-Karrenbauer aus dem Land kam, international nun wirklich nicht die Wucht in Tüten war. Und ich finde, wir sollten angesichts dieser internationalen Situation ein bisschen netter miteinander umgehen. Der neue, der neue, der neue Verteidigungsminister hat keine 100 Tage. Er hat nur mal zwei Stunden. Und er ist jetzt gerade mit dem US-Verteidigungsminister zusammen. Und es ist gut, dass sich ausgetauscht wird, meine Damen und Herren. Es ist kein Geheimnis, dass die Freien Demokraten seit Wochen und Monaten aufgefordert haben, neben der wirtschaftlich-humanitären Hilfe, ja, auch Waffen zu liefern. Und das bleibt auch so. Und ich erwarte von jedem, mal einen Blick in die Ukraine zu werfen. Da werden Menschen ermordet, gefoltert, da werden Frauen vergewaltigt. Vorher werden ihnen die Hände gebrochen. Schauen Sie hin, wie barbarisch dieser Krieg ist, und verschonen Sie uns rechts wie links mit Radio Moskau. Mann, Sie gehen einem auf den Geist. Meine Damen und Herren, gestern war der Bundeskanzler in Davos. Er hat sich nicht zu den Leopard 2 geäußert. Ich möchte zwei Dinge nur abschließend hier sagen. 2014, erster Angriff auf die Ukraine. Die Kanzlerin Angela Merkel hat daraufhin nicht die Beziehungen zu Russland überdacht. Sie hat Nord Stream 2 in die Wege geleitet. Meine Damen und Herren, das war angesichts dieses Drama. 15.000 Tote. 15.000 Tote. Das war der Anfang der Spaltung von Europa in dieser Frage. Und in der Tat muss auch der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heute aufpassen, dieses Europa nicht zu spalten. Wir werden gemeinsam die Ukraine unterstützen. Wir werden an der Seite der Ukraine stehen. Und das geht nicht mit linken Arbeitskreisen, meine Damen und Herren. Das geht mit einer klaren Ansage an Wladimir Putin. Wer unser System hier zerstören will, wird es mit uns allen Demokraten zu tun bekommen. Das geht mit einer klaren Ansage an Wladimir Putin.